Da mag ich mich noch sehr gut erinnern, ich habe gar nicht gewusst, um was es geht, über was meine Kolleginnen und Kollegen reden. Also im Prinzip, ich hatte keine Ahnung. Also mein Name ist Kurt Weishaupt. 2001 hat der damalige Generaldirektor bei der Beförderung gesagt, so einem Mann gehört die Direktion und seit 2001 bin ich Vizedirektor. Ich glaube, da können Sie sich kaum vorstellen, wie tiefer das Trauen geht zwischen den einzelnen Kunden und mir. Ich bin ein Typ, der nicht immer Ja sagt. Der Kunde ist für mich kein König, sondern ein Partner. Und zurück bekomme ich Respekt, Achtung und Vertrauen. Wenn immer möglich, bin ich in dieser wunderbaren Natur. Das ist ein Ausgleich für mich. Und zudem gibt es mir Kraft für die Herausforderung der nächsten Woche. Also mein persönliches Motto ist, mit Herz Leidenschaft wird man Erfolg haben.